Herzlich Willkommen zu den Insert Coins, den kleinen aber feinen Häppchen aus dem Stream, aus den Interaktionen mit euch zusammen und in blutigen aber mundgerichten Stücken hier für euch zusammengeschnitten. Einfach die Szenen, die wahnsinnig geschmeckt haben im Stream. Hier findest du steirische Schmankerl, deutsche Hausmannskost und Schweizergurzel und daher nur bedingt für Vegetarier geeignet. So meine Lieben, die Messer sind auf alle Fälle gewetzt. Mir war es eine Freude. Ich wünsche euch immer jetzt eine gute Zeit. Glocke, Glocke, Glocke. Ich habe mir einen Toppen gehabt. Völlig unfair. Er hat eine... Er hat eine... Ich habe aufgeben und er hat mich geschlagen. Shit, wer ist denn der? Naja, im Moment eher da und so shit. Du machst mich jetzt kalt. Hallern. Ja, bist du da? Scheiße, du machst mich jetzt kalt. Du machst mich jetzt kalt. Ah! NAAA! Warte, ober, ich muss ein bisschen überflösen. Jetzt hab ich nicht gewischt. Alter, wie geil. Wie geil, wie geil. Äh, ja. So, ohne halt nicht. Wie geil, ja. Das war ein Stück. Schau, jetzt zahl ich dir dafür. Ah, ja, gönn ich dir, gönn ich dir vom Kopfschwung, schau mal sich keiner mal an, gönn ich dir so sehr. Ach, was ich geschwimmen. Ich sterb mit dem Kopfschwung. Ah, ich bin ein Delfin. Ich darf's nicht mehr. Wutschen. Flup. Nein, ich steh auf der Kante. Ich steh auf der Kante. Du stehst am Abgrund. Oh, schau ihn an, schau ihn an. Er ist wohl der Meister. Ja, da kannst du was lernen, genau so spielt man bei Stigma. Ich krieg da noch kein Gän damit. Traurig ist, dass es wirklich so viele so spielen. Ja, da haben wir doch, du bist drinnen und jetzt komm ich schon. Da denk ich mir, du stehst in der Ecke, da weißt er... Ach, der, ich hab gedacht, du hast mich getötet. Ja, wie du weißt, der hast mich weggeheben, hat er nämlich auch nicht gelockt. Der hast mich auch nicht ergeben. Komisch, hm? So ein hässliches Magazin. Ja. Ökonomisches, äh, Mitglied. Also... Mitglied. Weißt du, was da jetzt so schlimm dran ist? Ich kapier nicht ganz. Mitglied. Wir heißen Abonnenten von ÖKM-Mitglieder. Oh, komm, wir gehen raus, das ist nur noch der Arne allein. Ja. Dann ist er sehend endlich weg. Mal zu eins los. Ah, fuck. Ah, fuck. Jetzt richtig. Schwache Reaktion. Schwache Reaktion. Ich hab mich in Möni vereimt. Ich hab mich in Möni vereimt. Ich hab in Möni vereimt. Tschüssi. Ich hab mich in Möni vereimt. Ich hab mich in Möni vereimt. Ja genau, da hinten sitzt du bitte, sitzt im Wasser treiben, ist das ein geiler Platz, ein großer Stein, ich sitze mir nicht gut, das ist ja voll geil, das ist natürlich wahnsinnig. Ich weiss nicht doch wie so ein Doven da ist, das ist doch fast genau, du musst draufpassen, das ist ja mega, naja dann frötert er die Eier ein, das gefühl. Oiga, was siehst du da? Wollt denn? Was ist da passiert? Ja, wenn du das jetzt verzehn, Cheesy. Und jetzt kann ich überraschig mehr. Jetzt kann ich überraschig. Der Honk, du. Bist ja. Nein. Nein. Geh nicht. GG, mein Lieber. Mach doch, ey. Ja, geh nicht. Nein, 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 nein. Danke. Nimm mich mit. Hu, 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 hu. Alter. Der fahr nicht sein. Ein Fifi vom, ein Fifi vom Cheesy. Nein, mein, hat denn mein Fifi der West? Ah, fahr ich doch noch richtig gesehen. Ich hab jetzt auch noch nicht gesehen. Hallo. Hätt' ich schuld dir mein Fifi. Ja. Fifi. Ha, 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 ha. Boah. Mein Fifi. Ha, 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 ha. Nein, ich kunde das Auto nicht aus von der Burt. Nein, da ist eine Schwelle, da musst du drüber springen. Ja, da habe ich auch nicht gewusst, wo ich springen muss und dann reißt sich's an. Ist ich wieder eine Leiche noch? Hast du dich selber in Luft gejagt? Ja, sicher. Ja, weil mit Kontrolle jetzt auch nicht gewusst, wo ich hüpfen muss. Oh, geasie. Ja, ausweiß ich. Ja, nicht mehr mit, oder? Was ist das? Was ist das? Ja, nicht mehr mit. Du, ich kann das. Das ist schitternd. Ich kenne mein Bonni. Nein, ich kenne. Ja, ich wette beide. Okay, da. Was ist das? Ich bin der, du mein, der ist der Rudelsturm, der ist unter. Waaah! Kann er noch mal, kann er noch mal, müssen die... Ja, 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 und wieder diese Sitten. Ohhhh. Das ist ja gut. Also Messer und Wasserschüssen ist so schräg. So und so nachdem ich meine Falle... Aaaaaah! Du bist so schräg. Nein! Nein! Wenn ich mit der Angst vorbeischieße, wenn du im Fenster lummerst... Warte! Er wäre cool, Will. Scheiße, der Kübel, ey, ich werde den Kübel nicht losen. Ja dann. Ich habe den Kübel verfolgt, cheesy. Uhhh. Abschluss betätigt. Wir haben ja gerade drei Eier entstanden. Ja, wir haben ja auf sich den Kopf zugeschaut. Nein! Feindliche Drohne kreist. WTF? 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 W-W-Verfolgereinheit wurde ausgeschaut. Aaaaaah! Ich komme wieder in sowas ein, ey. Echt wahr! Ja, dann läuft es wieder ein bissl, geh. Und dann kommst du wieder in so einen... Danke. ...dann ist der Holt Schmarrn, neina. Dann kommt der Hörme mit seinem Deviz-Foxen. Na, Echtherz, 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 Echtherz. Das wären fast drei gewesen, das wären fast drei gewesen. Das war jetzt jetzt du, das? Ja, war schön. Sitzt in der Ecke! Ich hab's nur gehört. Ich hab's nur gehört. Ja, danke, 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 danke. Alter, hey. Boah, jetzt war's schnell. Nein, jetzt war's schnell. Das ist aber wirklich gut, ha? Wir haben's langen jetzt wieder. Boah, jetzt müssen wir lauter anhelfen. Na! Ich hab einen Arsch geschossen! Ich hab einen Arsch geschossen! Ich hab gedacht, das wär so geil. Und dann tatsächlich... Krass! Krass! Krass, krass, krass! Ja komm! Ich will es einfach! Danke! Wurscht! er sich erledigt alter schwede Was macht der was? Der! Du spielst mal, oder? Haha! Ich hab ein bisschen Spiesespiel Es geht Es geht Hallo! Nein, bist du nicht Ich hab das Messer gehört Ich hab das Messer gehört Was ist was? Was ist was? Was möchtest du mir erzählen mit deiner Aktion? Irgendetwas Der Roboter möchte kommunizieren Ja Ja Den fang ich jetzt aber Ich hab mich mit dem Ah, scheiss draus Zwei Messer braucht er Der Unterkipp Ja Kommt der mit der Heimlich und ohne Kreis Jaja genau, die Waffe ist so ein Bullshit Das ist so sch... Dann hat sie noch so ein Auto IP Ja Cheese Cheesey Schmerzen Alter ich hab mich verhört Doch nicht Entschuldigung Cheese Na Ich hab's gehört Da sind die aber Sind die am herlaufst So kannst du nix machen Uh Nein! Haha! Schau nochmal, wenn er verließe gewesen ist Ich grad reingelaufen bin Hahaha! Hallo mein Lieber Das freut mich Hoppala Ich hab's voll dabei Weil's eine andere Komponente Und dann Er im Headclitch drinnen Gott verdammt nochmal! Scheisse Stille Ich bin Ja Hat ich Wow Ohhhh Der läuft vom Hund davon Ohhhh Kriegt mich! Wie geil! Das wär mein Monster Kill gewesen jetzt Cheezy Der hat mir ihn versaut Zuerst Okay Er hat mein Ding versaut Er hat mein Chuck Norris Moment versaut Wär vom Hund davon gekommen Und Vom Hund davon Ich hab das auch noch einen Ja 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 der Scheiss könnte Guter Nein Da will die Wischkopp an einn ihn hüpfen Hehe Ich i will die Wischkopp an einn ihn hüpfen Hahaha Bum Nein So Giro So Giro Verlauntert, verlauntert lustig und ist verkackt feindliche drohne kreist In dem Fall hast du jetzt wenigstens lustig verpackt Nicht in den Gegenden, oder? Ah du Tricksack du Was hätt mich erwischt, Schatz? Hätt mich erwischt es die ganze Zeit, also richtig, richtig Meine Hund? Kehrt ihn Kehrt wer noch Wo ist er? Ich hab nur gehört, ich hab keine Ahnung wo er ist Geh worum drüber Ich muss was Da ist er Nein, ich treffe ihn nicht Martin Er steht ruhig da Ich lass mir Zeit und treffe ihn nicht Ah, danke Oh Scharfschützenest Alter, was ist mit dir los? Geschafft Was ist heute? Ja Alter Schwede Schau die scheiß Mettis Ich hab mich jetzt zerfetzt Ich hab mir gedacht, von der Nähe Von der... Von der... Von der... Von der... Von der ... Von der... Von der... ... Ja sicher, es packt er so derartig, den hat sich jetzt so weggedreht vom Felsen Ich hab kein Messer Ich hab kein Wissen mehr gehabt. Superman hat einen Kill-Op gesandt. Hat ihm gut da. Hat ihm gut da. Ist ein bisschen lieber. Aber genau im Weg. Genau tut, was ich mag. Was will er denn? Alter, was ist los mit dir? Tschüss. Hey. Nein, ich wollte ihn so gern. GG. Mir hat er sicher gefallen im Einsatz. Ich höre Sachen, die sind gar nicht da. Ins Ferse hat er halt geschossen. Ins Ferse hat er. Er hat aufgefangen, der Sau-Preis. Wenn man sagt, ich laute. Ich gehe gegen. Keiler Fights. So ich gehe, gehe und... Nein. Gerade um. Au. Du, eine drei, eine drei, eine drei, eine drei, eine drei, eine drei, eine drei. Au. Ich schieße, bin ich so weit natürlich. Ich habe ganz so schlechte Runden. Also ganz sieben. Ich habe gar keine Chance. Ich habe gar keine Chance. Ein deutliches Geschick. Das ist ein bisschen trocken. Warum nicht? Ja, wieso? Au. Hahaha. Ich schieße den Abruf und steht direkt vor dem Geschütz. Und es dreht sich zu mir um. Sein flieselher. Jaa, sowas ist breastkapat. Ich hatte zu einem frecher Kerl. Ich habe nur einen frecher Kerl. 滿ust du bin ich jetzt ein gesperrkerder